Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 23. Januar 1895. Heute vor 125 Jahren betrat der norwegische Polarforscher Carsten Egeberg-Borch-Grewing als erster das antarktische Festland. Hören Sie dazu einen Beitrag von Irene Meixner. Es war eine böse Nacht, die erste auf dem alten Seehundfänger. Die einzige freie Koje war geschlossen wie ein Sarg. Und lag gerade über einem Behälter mit Speck. Der Geruch des in der Hitze verderbenden Specks mischte sich in dem engen Raum mit den Ausdünstungen der schlafenden Matrosen. Beinahe wäre ich wieder an Land zurückgekehrt. Von den Reisevorbereitungen der letzten Tage ermüdet, schlief ich indessen bald ein. In meinen Träumen war ich schon im fernen Süden und sah die Vulkane Erebus und Terror und die große Eisbarriere, die ich in meinen nebelhaften Plänen erreichen wollte. Carsten Egeberg-Borch-Grewing wollte schon als Kind Polarfahrer werden. Er war in Oslo groß geworden und 1888 nach Australien ausgewandert, wo er als Lehrer und Landvermesser Arbeit fand. Als ihm eines Tages zu Ohren kam, dass der norwegische Räder- und Walfangveteran Svend Foyn ein Schiff in die Antarktis entsenden wollte, bewarb er sich um eine Mitfahrgelegenheit. Am 20. September 1894 stach Borg-Grewing als Matrose an Bord der Antarktik von Melbourne aus in See. Der eigentliche Reisezweck der Antarktik war, den Grönlands Wal im südlichen Polarmeer zu suchen. Insofern war das Ziel der Expedition verfehlt. Es glückte nämlich nur zu konstatieren, dass der wertvolle Walfisch der grönländischen Gewässer in diesen Gegenden nicht vorkommt. Kapitän Leonard Christensen steuerte die Antarktik durch den Packeisgürtel und gelangte bis zum 74. Breitengrad. Als wir Kehrt machten, um nicht Gefahr zu laufen, vom Eis eingesperrt zu werden und auf dem Heimwege das Kap Adare passierten, bemerkte ich zu meiner größten Freude oben von der Ausguckstonne durch das Fernglas einen kleinen, eisfreien Strand. Mein Eifer, das unbekannte Land zu betreten, steckte Kapitän Christensen an und bewirkte, dass er ein Boot aussetzen ließ, mit dem wir versuchten, durch das Landeis bis zur Küste vorzudringen, während die Antarktik unter Dampf draußen in See lag und auf uns wartete. Es war die Nacht vom 23. auf den 24. Januar 1895. Die Eisberge und Eisschollen am Kap Adare glitzerten im Licht der Mitternachtssonne. Sechs Männer saßen in dem kleinen Boot, darunter Borg Grewing, der später steif und fest behauptete, er habe als Erster seinen Fuß auf das antarktische Festland gesetzt, was bis heute unklar geblieben ist. In einem Reisebericht aus dem Jahr 1905 drückte er sich etwas vorsichtiger aus. Es lässt sich schwer sagen, wer zuerst auf dem Lande stand. In meinem jugendlichen Eifer sprang ich in das Wasser, bevor der Bootskiel den Grund berührte und wartete ans Land. Kapitän Christensen sprang, als das Boot nahe genug war, trockenen Fußes auf den Strand. Beide hatten wir festen Boden unter den Füßen. Kapitän Christensen wählte, glaube ich, den vernünftigsten Weg, jedenfalls den trockensten. Sicher ist, dass es Norweger waren, die zum ersten Mal den neuen Weltteil betraten. Einem Logbuch zufolge, das in den 50er Jahren in einem US-Archiv auftauchte, könnte es sogar sein, dass der amerikanische Robbenjäger John Davis schon 1821 seinen Fuß auf antarktisches Festland setzte. Aber davon konnte Borg Grewing noch nichts wissen. Im März 1895 kehrte er nach Melbourne zurück. Im Oktober fand in London der 6. Internationale Geografenkongress statt. Für mein letztes Geld kaufte ich ein Billet dritter Klasse nach London auf dem Orientdampfer Uruba und machte mich auf den Weg. Wissenschaftlich habe seine Fahrt zwar nicht allzu viel erbracht, räumte Borg Grewing vor dem Kongress ein. Aber der kleine Beitrag, den ich geleistet habe, vermittelt mir doch das befriedigende Gefühl, meinen Teil zu der Erkenntnis beigetragen zu haben, dass ein weiterer Aufschub einer wissenschaftlichen Expedition in die Südpolarregion kaum zu rechtfertigen wäre. Tatsächlich lieferte Borg Grewings Vortrag den letzten Impuls für die Verabschiedung der Antarktis-Resolution, die dazu aufrief, die Erforschung der Polregion massiv voranzutreiben. Der Startschuss für zahlreiche Aktivitäten im goldenen Zeitalter der Antarktisexpeditionen. Trotzdem blieb Borg Grewing ein Außenseiter. Seine eigenen Pläne für eine Antarktis-Überwinterung konnte er nur mithilfe eines britischen Buchverlegers verwirklichen. Die Fachwelt nahm davon kaum Notiz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017